Hallihallo hier ist der Guzo wieder ein weiteres gameplay hauen wir mal kurz raus mal gucken ob es ein fettes ist langsam beziehungsweise mittlerweile hat sich das schon ja sehr geil geiler loot auf jeden fall und mit dem gameplay hat man jetzt mittlerweile das so dass dass man jetzt die neuigkeiten endlich anschauen kann sehr geil also wie gesagt es wurde natürlich im ersten video vom update immer wieder geschrieben ja doch du hast den frost zauber ja ich weiß ich habe den frost zauber auf rathaus level 9 mittlerweile doch das ist machbar so jetzt gucken wir mal wie hier angegriffen wird mit den kleinen schweinchen noch ich hoffe qualität ist wieder besser weil ich habe das bild wieder größer gemacht somit eine bessere aufnahmequalität an sich und jetzt gucken wir mal er hat den grand warden also den großen wächter noch nicht am start beziehungsweise er hat natürlich da aber er hat ihn noch nicht ausgewählt mal gucken ob das noch passiert oder ob er sich sagt ach komm den kann ich mir knicken aber ich denke mal nicht eigentlich könnte man ihn ja doch bringen weil man einfach dann noch ein bisschen schneller sage ich jetzt mal mit dem ganzen zeug fertig wird da kommt er da kommt er und jetzt haut er wieder schön rein auf jeden fall ist schon ziemlich nice auf jeden fall wenn der dann erstmal auf 20 ist na halleluja dann wird mal richtig fetzen ich muss echt sagen also ich hätte jetzt noch gedacht sage ich jetzt mal dass die leute also es ist ja noch der erste tag am update das ist gerade erst seit was für sich vier stunden oder sowas raus dass die leute noch mehr gem hätte ich jetzt gedacht aber ne passiert nicht jetzt mache ich noch mal einen angriff ich hätte halt echt gedacht so nach dem motto naja gut okay update ist raus lass mal richtig gem hier klar vorsichtig das waren nicht hier die ganzen bomben hier wer weiß wie einsammeln vorsichtig so jetzt gucken wir mal hier machen wir mal langsam alles kaputt und dann läuft das auf jeden fall hier haben wir noch ein paar boogies jeweils hier rein drobern und dann sollte das sogar schon reichen ich glaube die boogies werden von den teslas dann nicht mehr erreicht und dann sind wir da schon gut dabei aber jetzt geht es natürlich wieder darum ein bisschen prozente noch zu machen das war halt wieder ein bisschen mehr loot bekommen auf jeden fall also vom vom liga bonus das habe ich schon mitgekriegt also man muss auch gar nicht man muss nicht mal 100 prozent nicht mal 50 prozent machen dass man jetzt sagen würde oh hier ich muss unbedingt noch zwei sterne machen aber so sieben acht prozent das bringt gar nichts also da holt man nun wirklich keinen vorm kamin hervor also jetzt schauen wir mal wo wir hier noch ja hier kommen hier können wir noch reingehen kurz mit dem frost werdet da auf jeden fall dann auch noch mal ein paar videos sehen wie ich dann denke ich mal anfange so den frost beim queen walken mit zu verwenden im bereich in ferne und jetzt geht mir die queen down vollkommen in ordnung kann ich mit leben so und jetzt haben wir hier auch netten loot auf jeden fall 75 prozent vom bonus ist drinne von daher läuft es auf jeden fall also wie gesagt ich kann der sache nichts irgendwie negatives abgewinnen also ja ich denke mal dass das update hat sich jeder so ein bisschen schlechter vorgestellt finde ich wie schön erst mal vier earthquake spells rein geblasen und dann mit den riesen gewatschelt die watscheln zack mauerbrecher wurde leider von den vom magiaturm gekillt aber jetzt ne nicht leider das ist eine verteidigung scheiße er passiert mir das wird mir auch in sieben jahren noch passieren ich gucke immer und dann muss ich natürlich jetzt für spirit of death sein ist ja wohl mal ganz klar so ja das ist natürlich nice mit den loons ja wird eine klar logisch da sind die die natürlich platt und jetzt jetzt ist sehr geil diese sequenz ist einfach mega epic überhaupt weil wir haben hier die infernos die die riesen gegrillt haben so dann wiederum die loons die halt wirklich vom death her vom death genau vom damage her richtig reinkloppen und die riesen können halt nichts machen so jetzt kommen aber wiederum die bogies und die können natürlich den loons richtig was schaden zufügen aber da haben natürlich die minenwerfer richtig gut gelaufen dass es genau so rum lief und nicht andersrum einwandfrei jetzt hier ja klar schade der ist halt in dem bereich sonst wären die halt gar nicht so weit reingekommen der king na ja geil geil richtig geil gelaufen auf jeden fall und zack sind sie weg ja klar schöner one hit einwandfrei richtig geil ja läuft auf jeden fall spirit of death so jetzt gucken wir mal Deine death ist im video Opfer ja genau richtig Pretty rare gucken wir mal Mit 100 prozent da hat henry ordentlich gas gegeben würde ich sagen Aha sehr geil ja genau gas gegeben Ja richtig Und hier schön den wächter Ich mag den ich mag den Aber spätestens wenn ich dann natürlich mit dem angegriffen werde Nicht so toll dann Aber da bin ich gespannt also wie gesagt Death mäßig bin ich ja immer noch Ungeschlagen mittlerweile mit dem neuen base layout im bereich dunkles Immer noch nicht Erfolgreich angegriffen wurden Einmal wurde ich halt eben angegriffen wo ich halt wo mir halt die ressourcen so weit gemopst wurden aber Aber nicht das dunkle Klar wie gesagt ist immer eine frage vom gegner ganz klar Zack die haben das gar nicht mitbekommen aber das fand ich auch gar nicht schlimm also man muss da auch nicht irgendwie diesen Mega hype drum machen hier guckt mal jetzt ist der gusua hier im clan und so weiter und so fort ganz Natürlich ich mag das gerne sich ich trage da auch ungern richtig dick auf und sagt hier kommt Gusua ist am start was geht hier Und zumal ich bin ja eh nur zu gast in dem clan wäre einfach irgendwo ein bisschen fail zu sagen hier Jetzt ist hier der super boy drin zumal ihr wisst ja selber der bin ich ja eh nicht ganz klare geschichte und von daher passt das so zack Meine meiner erste death naja gucken wir mal rein mit null prozent läuft auf jeden fall Ejo der wollte runter würde ich sagen der wollte runter oder der hat sich verdrückt Schon mal vorbei läuft auf jeden fall so hier haben wir barge Zack zack Hier sehr geil ich mache noch mal nee jetzt dann brauche ich ja kein hier guckt mal bitte Doch ich mache noch mal das haue ich ins Thumbnail also wir werden garantiert noch einige bugs drinnen haben Und die werden dann denke ich mal nach und nach wirklich erst raus kommen Aber wie gesagt gefällt mir auf jeden fall wie gesagt mit diesem eine stunde boost Mega geil und Und Let's have a look einfach mal gucken wir mal wie gesagt rathaus 11 ist natürlich für die die zehn waren Eine richtig geile nummer Wächter Absolut geil Adler artillerie habe ich leider noch nicht gesehen beziehungsweise gebaut wurde sie ja schon aber noch nicht fertig Star starke zauber Ja wie gesagt dass man die halt eben auch einfordern kann richtig geil Mega geil also wirklich gefällt mir echt richtig gut ja genau Wie gesagt ist aber für mich uninteressant weil ich halt noch nicht Im town hall 10 beziehungsweise elf bereich bin und von daher passt das nee also ansonsten Spielzeit um 30 sekund verlängert weil halt das spielfeld auch größer wird klar und Bin ich echt zufrieden also wirklich kann ich nicht meckern jetzt gucken wir noch mal rein wie es halt ausschaut Tobi ist wieder raus schade sind kommen und gehen Und achso ich kann das ja noch mal offiziell halt einfach sagen das sollte glaube ich kein problem sein aber Hier noch mal ganz offiziell Ich habe mich mit mit lichtle war ich ja im stream hier heute am donnerstag also bei mir ist ja donnerstag Und war da schön am start und da kam halt raus ja hier Ich komme ja nicht so mit 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 Tobi klar mit Tobias von spirit talk Und da sag ich wie kommt es denn auch naja hier der hat mich beleidigt weil ich ich bin reingekommen und der hatte halt irgendwie Hurensohn geschrieben und hat mich dann gekickt und dachte ich okay Ich meine das ist natürlich wirklich doof ganz klare geschichte und Dachte ich mir auch ey Tobi war zu mir total safe also total easy going Und von daher konnte ich mir einfach nicht vorstellen aber kann natürlich passieren ich meine wir sind ja unterschiedliche menschen ganz klare sache Kann ja alles sein Und es ist auch einfach so es muss ja nicht gleich jeder mit jedem hand in hand durch durchs land gehen und sagen Hey hier alles cool Du bist ja hier mein best friend und so was muss man ja nicht ganz klare sache Und Dachte ich mir gut okay Fragst du einfach mal haust du mal raus ey Tobi wie lief das und so Und hab da einfach mit ihm da ein bisschen per whatsapp da geschrieben und dann hat sich rausgestellt ne 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 Das war halt einfach nicht so Und Sowas kann sich doch dann einfach klären das ist doch mega geil also das finde ich richtig gut Wenn man dann sieht ah gut okay das passt gucken wir mal hier ob Corvo weil ich jetzt einfach mal aufs level gucke Corvo hat auch schon Gejammt und hat den held auf 1 Und die artillerie wird da garantiert auch schon im bauen haben Da bestimmt Magiaturm kanone Bogiturm und Xbow Die Vier sachen plus dann müsste er theoretisch Ja aber ich meine bloß wenn es runter gemetzelt ist es eh doof Schade halt Aber das kann schon sein dann hat er vielleicht die Aber ich guck gerade mal wie viel bauhütten er hat die hat er hier am start ich guck mal gerade müsste noch einer schlafen Ich war zu lange online willst du mich rollen bitte das ist nicht dein ernst Ich war öfter offline ich hatte sogar den rechner zwischenzeitlich aus Okay Gut Ja da kann ich mich natürlich nicht Gegen wehren ich gebe mich geschlagen Dann muss es das erst mal gewesen sein Und Dann Wollen wir mal gucken was mir die dev reinkesselt Und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ich hoffe es hat euch gefallen wenn das so ist dann lasst diesen finger Beziehungsweise daumen nach oben da das wäre eine coole sache ich wünsche euch was haut rein Ciao Ciao